Manchmal muss man das einfach auch als Kommentator loswerden, die Bedingungen, die sind einzigartig hier, der Atem super, Wahnsinn, selten so ein grünes Geläuf gesehen. Und wenn ich hochgucke in den Himmel, keine einzige Wolfe, das soll auch so bleiben im Verlaufe dieser Partie. Ich hoffe, die Wetterfrösche haben sich auch nicht gewirrt. Die Kulisse atemberaubend, Stimmung ist exzellent, freuen wir uns also auf die Dinge, die da kommen werden. Wir sind heute wieder zu Gast beim deutschen Rekordmeister. Es gibt sicher viele große Namen in beiden Teams, wenn du dir aber einen aussuchen müsstest, Hansi, wer wäre das? Da können sich die Gegenspieler Videos anschauen, soviel sie wollen. Du weißt nicht, was macht Thomas Müller im nächsten Moment und das macht ihn so wertvoll. Und ich glaube, das wird auch heute so sein. Ja, das wäre übrigens auch meine Einschätzung gewesen. Mal sehen, ob er denn seine Qualität auf den Rasen bringen kann. Damit sind wir im Stil. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. Also so Martin, den Polikern hat keine Angst. Also so Martin, den Polikern hat keine Angst. Also so Martin, der Polikern hat keine Angst. Gnabry Gnabry Bayern München geht mit diesem Treffer in Führung. Gnabry 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 Man sieht so etwas nicht mehr ganz so häufig im modernen Fußball, aber sie gehen das hier tatsächlich mit Handdeckung an. Gilt ja als ein wenig unmodern, ist aber immer wieder probat, diese gute alte Mann-Deckung. Er streckt sich und kommt an die Kugel ran. Müller wird bereits in der Torschützenliste geführt. Lewandowski, Müller, sehr gut verteidigt, der war wichtig. Da fackelt er nicht lange, Hauptsache weg. Kingsley Coman. Sie spielen im Moment definitiv nicht auf Abseits. Na ja, wenn du Angst hast, mit einem Pass in die Schnittstelle irgendwie überrascht zu werden, wäre doch das vielleicht auch das richtige Gegenmittel. Ja definitiv, wenn die Falle zuschnappt, dann ist alles in Ordnung, aber die haben im Moment großen Respekt vor dem klasse Timing der gegnerischen Stürmer. Also für dich die richtige Strategie? Also auch diese Strategie birgt Risiken, aber beim aktuellen Stand der Dinge würde ich sagen, sie machen es zunächst mal richtig. Und da ist der Pass. Ja, Ball ist draußen. Gleich noch einmal frisches Personal. Der Torschütze wird jetzt vom Feld genommen. Er wird ausgewechselt, aber nicht, weil er schlecht gespielt hat. Im Gegenteil, er hat die Erwartungen der Fans voll und ganz erfüllt. Und ab die wilde Fahrt. Und durch die Mitte. Er könnte zum Tor ziehen. Gerade noch so mit dem Fuß in die Tür bekommen. Der muss sitzen. Die Chance. Viel hat er nicht gefehlt. Sowas nennt man Schussgewalt. Wehe, das Ding kommt beim nächsten Mal aufs Tor. Bayern München wechselt gleich noch einmal. Jetzt muss er vom Platz, oder sagen wir es anders, er darf vom Platz. Er hat alles auf sich rausgeholt und jetzt darf er sich ausruhen. Ne, da hat die Abwehr richtig gut aufgepasst und die Chance vereitelt. Da geht er alleine. Der sieht gut aus. Und der Pack nutzt so die Chance. Oh, das kann ins Auge gehen. Gefährlich. Und sie setzen noch eins drauf. Sie liegen mit drei Treffern vor. Und das ist es doch wohl schon gewesen oder etwa nicht. Ein wirklich brillantes Tor. Das kann man nicht lernen. Glückliches Händchen. Ich glaube, so nennt man das. So hat sich das der Trainer vorgestellt. Sein Joker kam, sah und traf. Zeit für neues Personal. Er hat alles rausgehauen. Er hat gekämpft. Er hat gerackert. Jetzt kann er nicht mehr. Jetzt darf er vom Platz. Neuer Spiel. Und das war's für heute. Die Partie ist beendet. Der Gegner hat hier heute ein Armutszeugnis abgeliefert. Insbesondere im Spiel nach hinten. Ging alle schief. Was sagst du zum Spiel, Hansi?